Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Hier ist eigentlich mein Ziel gewesen. Bleib auf der Straße, du Irrer! Stopp! Stopp! Und, ah, okay, hier Mission starten, alles klar. Ja, wir sind zurück in Watch Dogs 2. Was? Online? Ne, ich will kein Koop. Nein, ich will kein Koop. Das ist ja wohl Koop, oder was, wenn ich jetzt hier Lieferungen finden und zerstören. Ja, wundervoll. Da bin ich ja gespannt. Was ist hier los? Oh, okay. Hör, töten Sie die Bezahlung! Entschuldigung! Wir haben nicht über ein zuvor identifiziertes Ziel in Ihrer Nähe. Over. Am Plätze gesichtet, benötigen weitere Einheiten. Wen? So, ich bin erstmal weg. Es wurde Verstärkung gerufen. Ja, aber, äh, keine Ahnung. Ich wusste doch nicht, dass ich das nicht finde. Woher soll ich das wissen? Zugangsschlüssel finden. So, ich bin jetzt erstmal hier dran. Ich will nicht aufgeben. Nicht weg! Zeit aufzuhören! Oh, joh. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt eigenartig. Also, sehr eigenartig. Weiß nicht, was da jetzt los war. Warum, wieso, weshalb da auf einmal Sperrgebiet war. Kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Okay, ich muss dort einen Punkt erreichen. Und da muss ich hier aufpassen, weil das ist auch Sperrgebiet. Was zur Hölle? Mitnehmen. Kann ich mich... Hallo? Ich wollte in Deckung gehen. Was ist das? Was ist denn das, was ich da mitnehmen kann? Keine Ahnung. Was bringt mir das jetzt? Das andere, das ist alles hier noch? Das kann ich alles noch nicht. Fragt sich nur, warum. Warum? Warum? Hm, okay. Bringt mir jetzt nicht so viel. Okay, dann gehe ich mal hier hoch. Das bringt mir ja gleich noch weniger. Ich muss ja dorthin. Kein Quatsch. Und irgendwas hier kann ich mitnehmen. Das da. Nur wie? Ich muss die irgendwie hier weglocken. Okay. Dann schaue ich vielleicht doch noch mal. Kann ich hier irgendwo was... Was war das? Oh, Money. He, der hat mir jetzt Geld überwiesen. Hier kann ich gar nichts machen. So viele Schandflecke in dieser Stadt. Okay, will ich nicht. Aber irgendwie muss ich die da ablenken können. Oder nicht? Money? Ja, eigenartig. Sehr eigenartig. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich hole mir erst mal ein bisschen Geld. Das ist, denke ich, immer gut. So, da war irgendwas. Was ist das? Ah, ja. Was macht das R? Wollen das jetzt Leute? Naja. Jedenfalls nicht die. Das hat es ja jetzt gebracht. F. C. Äh, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das hat es jetzt nicht gebracht. Außerdem. Oder? Ne. Außerdem habe ich gerade nicht mehr viel Strom. Ich muss erst mal wieder Strom klauen. So, jetzt gehe ich hier rum. Ne, das will ich nicht. Optional. Löse keinen Alarm aus. Sehr wundervoll. So, Geld ist immer gut. Okay. Da muss ich was zerstören. Könne ich hier durch? Hier muss ich doch durch können. Das ist doch garantiert extra so gemacht, oder nicht? Okay, wo komme ich hier rein? Hier vielleicht? Ja, da brauche ich den Zugangsschlüssel. Das heißt, da muss ich dann wiederum gucken, wo kann ich jetzt was hacken? Genau, dort vorne hatte ich ja schon mal die Tür aufgemacht. So, die lenke ich jetzt mal ab. Vielleicht. Oder auch nicht. Sind die jetzt abgelenkt? So, Moment mal. Kuh. Die würde ich gerne wählen. Ja, ist mein Elektroschocker. Alles klärchen. So, dann schauen wir uns doch mal an. Wer hier wo ist? Oh, jo, jo. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Wer hat mich denn gesehen? Hat der da vielleicht? Ja gut, das ist halt dann das Problem. In dem Modus. Oh, jo. Schöne Entdeckung bleiben. Das ist ja Mist. Das ist echt Mist jetzt. Vor allem, wenn der jetzt hier kommt. Behalte sie im Blick. Es tut eine feindliche Böse. Okay, ja, das hat nicht funktioniert. Okay. So. Da bin ich drin. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Ja, jetzt geht die Tür auf. Perfekt. Rein. Und zerstören. Sehr gut. Schnell raus. Okay. Raus mit mir. Jetzt muss ich nach dort oben rein. Fragt sich jetzt nur. Das hier oben muss ich hacken. Okay, das heißt, ich muss hier oben drauf. Okay. Fast wieder runtergefallen. Komm hoch. Yo. Wir nehmen sie mit auf die Wache und unter. Wir nehmen sie mit auf die Wache und unter. Wegen eines möglichen Kampfs. Schnell, 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 schnell. Boah, ist das da ernst? Da habe ich keinen gesehen. Keinen einzigen vorher. Was zur Hölle? Oh, was sind denn das für Missionen? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll. Moment. Habe ich ein... Wie konnte ich den Quattrocopter rufen? Ging das irgendwie? Also mit dem B weiß ich, dass ich das hier... Ich will keinen Coop partner. Immer noch nicht. Aber ich möchte den Quattrocopter. Eigentlich ist es H, aber wir haben keinen Quattrocopter. Komm mit. Verdammt. Verdammt. Hm. Und jetzt? Ich will das nicht nochmal von vorn machen. Das hat mich jetzt so genervt. Vor allem weiß ich halt auch gar nicht, wie ich die so krass ablenken kann. Dass da keiner da ist. Vielleicht wirklich mit dem kleinen Dude. So. Machen wir das mal an. So. Au. Okay. Ausschwärmen. Das ist doch gut. Das heißt für mich... Die gehen jetzt, oder? Habe ich jetzt keinen mehr? Ne, ich habe jetzt keinen Jumper mehr. Ja, super. Das hat ja super geklappt. Gut, da sehe ich nicht, wo es lang geht. Wir hatten immerhin schon mal eins davon zerstört. Das ist... Ist ja schon mal was. Kann ich hier rein? Warum kann ich hier nicht einfach rein? Er ist uns entwischt. Aha. Wunderschön. Steht damit. Bin ich hier? Ne, hier bin ich nicht rübergekommen. Aber irgendwie muss das doch funktionieren. Okay, hier kann ich schon mal... Hoch, oder? Ja. Tatsache. Okay, Freunde. Und zwar... Muss hier oben ja auch irgendwas sein. Ah, Moment. Hier. Entsperren. Schneller. Bevor dich jemand sieht, Kollege. Okay. Jetzt habe ich ein, was hier unten entsperrt. Das heißt, ich kann die Tore schon mal öffnen. Das ist nicht schlecht. Okay, dort ist jemand. Hä? Wie kann mich hier jemand sehen? Komm, schnell. So. Okay, kaputt. Jo, das bringt mir hier gerade gar nichts. AAAAAAAH! Ja, ist ein... Ja, 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 ja. Schnell, schnell, schnell. Ich mach's hier. So, und jetzt weg. Weg hier. Einmal weg hier. Ihr kommt am besten mal alle mit mir mit. Kommt am besten mal mit mir mit. Geht's hier. Guck ich's hier durch? Nee. Folgen die mir. Das wär cool. So, irgendwie sind die ja alarmiert, ne? So. Fangen wir hier mal durch. Ja, schaut mal. Die bewegen sich doch alle, oder? Die sind doch alle so ein bisschen an der Wand. Mit ihnen auf. So. Sind die alle noch da? Nee. Schaut euch das an. Das Gebiet hier ist leer. Okay, da muss ich rein. Da muss ich schnell rein. Damit ich die Tür aufmachen kann. Los, schnell. Er ist weg. Abzug. Verdammt. Schnell. Schnell, 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 schnell. Okay. Noch ist keiner wieder da. Schnell auf. Los. Ich seh immer noch keinen. Ich seh immer noch keinen. Ja, ja. Verbrennt. Verbrennt alles. Wunderbar. Und jetzt muss ich ja... Ist das der Ernst? Warum kann ich die nicht ausschalten? Na gut, das ist eher so drüben. Vertreten. Oh, yo. Oh, yo. Da ist ja Musik. So. Das muss ich jetzt zerstören. Auf damit. Auf. Ja, mögliche Feinde in ihrer Nähe. Das Teil muss ich jetzt irgendwie zerstören. Wie kann ich das zerstören? Irgendwo gegen eine Wand fahren? Irgendwie ins Wasser. Genau. Das ist schon mal ein guter Anfang. Sehr guter Anfang. Oder... Oder... Wie kann ich das so irgendwie kaputt machen? Falsche Waffe. Gibt's hier einen Tankdeckel? Mist. Wir gehen nirgendwo hin. Findet ihn. Naja. Na toll. Her damit. Ein bisschen Strom klauen. Irgendwie muss ich das Ding doch hier zerstören können. Muss doch irgendwie möglich sein, oder? Ich will jetzt nicht nach Silicon Valley fahren. Eigentlich will ich das Teil noch nehmen. Boom. Oh. Moment. Das sind Schienen. Ich kann schon mal nicht mehr damit fahren. Komm schon. Das Teil muss doch irgendwie kaputt gehen, oder? Ah, es qualmt, glaube ich, schon, ne? Da brauche ich halt eigentlich... ...meine Bombe oder sowas. Komm... Kann ich das hier irgendwie... Wann gilt das als zerstört? Oh, immer diese Musik. Boom. Boom. Ja. Jetzt aber. Jetzt ist es zerstört. Okay. Sehr gut. Sehr gut und jetzt werde ich auch nicht mehr gesehen. Mann, was war das wieder für eine Folge. Okay, Freunde, wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen turbulent war. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir sind Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschü.